Welcome back to... ...my... Bitch. Aber ich hab dir so lange nicht mehr da eingeredet. Das musste einfach sein. Das solltest du öfters machen. Heute die Folge war sehr lustig, der Anfang fand ich. Heute die Folge? Ja. So als gestern die Folge. Nein, heute. Welche hatten wir heute? Die 60. Die 60. hatten wir heute. Oder? Die 60. Und hinter dir liegt was schönes. Boah. Fips ist cool. Und ich hab nicht dein Haus angezündet. Sogar aufgeladen, Alter. Ich wär beklübt. Und ich hab nicht dein Haus angezündet. Ja, ich hab dich ja schon wieder lieb. Aber das will nicht nochmal passieren. Was? Mann. Ich red mit Hangman. Imaginär. Ah, okay. Ich kommuniziere telepathisch mit ihm. Okay. Der lacht ja nicht bestimmt gerade aus. Nein, er... Er schämt sich. Ja. Ach, das Dach ist auch scheiße gewesen. Ist alles scheiße gewesen. Normal hast du ja gebaut. Ey, was? Wie schön, dass ich dir einfach nicht mehr zuhöre. Hahaha. Oh, ist das schön. Den Gedenken an den dritten Weltkrieg in Frippeln hat. Wird jetzt abgerissen. Nein. Ja, der da baust man da hin. Wir müssen eine richtige Statue bauen. Oh, stand da in Gedenken an den dritten Weltkrieg. Da stand aber dritter. Nein, das war vierter. Da stand dritter. Ja, dann schreib vierter hin. Da stand dritter. Da hab ich mich einfach verschrieben. Oh mein Gott. Emphriel Payland. Ja. Ich baue das aber noch richtig schön an irgendwie Denkmal oder so. Ein Friedhof. Ich baue dir gleich mal ein Friedhof. Ich baue dir gleich mal... Apropos Friedhof. Nichts angören. Das hier könnte Friedhof werden. Na? Nein, es war kein Friedhof, Alter. Wollen wir rausgehen? Warum nicht? Jetzt scheiße. Guck mal, die Form dazu hat es schon. Ja, trotzdem nein. Also ich wäre ja immer noch dafür. So, das fucking Haus ist weg. Wir können hier eine Abstimmung machen. Wer dafür ist... Na YouTube und die Stimmung. Was ist denn Stimmung? Was ist denn was denn was denn? Ja, wer dafür ist... Wer dafür ist, dass es hier ein Friedhof wird? Ach nein. Der... Wir machen das als einen Garten erstmal. Und später, wenn ich dich dann umgebracht habe, endgültig... Warum kann ich dir einfach nichts ausmachen? Ich bin... Dein Kriegs um. Ich bin... Dein Kriegs um. Ich habe mir jetzt sogar meinen Countdown gestellt. Was sagst du dazu? Oh mein Gott. Du bist nicht FreeLP. Da wirst du verrückt, oder? Da werde ich mehr als verrückt. So, und jetzt mache ich den ganzen Scheiß Holz hier noch. Den ganzen Scheiß Holz ist auch schön. Der Creeper ist weg. Hoffentlich kommt er nicht wieder. Doch. Scheiße. Der mich beschweige hier. Ja komm explodier halt. Danke. Übertreib mal nicht Monsieur. Wer ist der Monsieur überhaupt das mal? Dürf schon mal nicht. Hast du ein Feuerzeug? Nein. Hangman hat das. Also wir haben gar keine MFE mehr und gar keine MFSUs. Wir haben gar keinen Strom mehr. Latsch doch nicht hier auf den Ding. Entschuldigung. Ich flog nur so vorbei. Ich flieg gleich auch mal vorbei. Miau. Warum nimmst du eigentlich jetzt die ganze Zeit meinen Strom? Nimm doch den von Hangman. Der spielt doch gerade eh nicht. Ja weil du ja gleich wieder Strom kriegst du Pussy. Nee. Pussy Deluxe. Nee. Und schon bin ich. Pussy Deluxe. Oh mein Gott. Hier ist kein Wasser drunter ne. Wo? Deswegen gehen die Felder wieder zu. Ist doch gleich Mensch. Rück dich ab. Ja mann. Aaaaah. Auf die Fresse? Mining. Auf die Fresse? Ja. Wir sollten echt. Ich glaube ich verbiete demnächst Mining Lays auf dem Server. Ja und? Dann wird sie trotzdem jeder nehmen. So. Holz brennt. Das kann man abfackeln jetzt. Ich glaube wir machen dann so ein Rathaus und da stehen dann so bestimmte Petitionen drin. Nein. Doch. Oder wir lassen es. Nein wir tun es. Oder wir lassen es. Nein wir werden es tun. Oder wir lassen es. Nein wir werden das tun. Wir könnten es aber auch lassen. Wir könnten es auch nicht lassen. Wir könnten es auch nicht lassen wenn uns lassen. manchmal steige ich echt nicht mehr durch was der typ von mir eigentlich will kinderflocken siehst du mann scheiß spinnvieh friskettensäge 4123 habe ich irgendwas abgerissen was wichtig ist nein gut das ist ja schön irgendwie hast du mich gerade einen typen erinnert an den ich gar nicht mag ich glaube das war dieser kennst du den ja den typen hat sich voll sie unten sollten wir entweder auch zu bauen oder ausleuchten oder wir lassen es ja dann sparen hier monster ist so schön wird schon immer haustiere haben ich sag nein du kriegst kein haustier für das kümmern sich dann darum wer füttert ist das bleibt dann alles wieder an mir hängen das kenne ich noch so die fläche ist wieder zu wir haben wieder alles tut die hier ist alles wieder schön siehst du so schnell ging das ist das nicht schön und das fresse erhalten hast du irgendwelche samen ganz viele was ist was los was geht denn bei dir im hintergrund alter das hört sich an wie ein kamel ja jetzt ist es vielleicht ich habe noch meinen gläser solch mal ein paar schüsse abfeuern ich hab noch einen nano saver verstehst du schüsse er hört mich ja gerade was du machst ich baue ein haus ich bin mir noch nicht ganz sicher wie ich das so verwirkliche ich glaube hier gehe ich ein bisschen in die breite oder hier gehe ich ums eck so ums eck was war doch klar war doch klar dass du keine samen hast was war das alter was aber was war das eben was war das was war das eben was alter was wie macht man solche geräusche mit dem mund alter je warum was einfach einfach unfassbar ach mein gott ich verstehe ich irgendwie mich selbst gerade auch nicht ich weiß nicht du verwirrst mich dafür bin ich hier so dann geht es hier so nach hinten dann mache ich hier das ein bisschen größer und dann kommen so zwei seiten arme daran kannst du mir mal deinen ach nee du hast ja gar keine was hast du doch mit absicht gemacht ja genau das habe ich mit absicht gemacht na was mache ich denn hier bin ich beschränkt ja was fragst du eigentlich immer ich weiß nicht ich hab noch ein bisschen hoffnung die kommt zu spät die hoffnung die kommt zu spät du kannst mich mal selbst naja heute nicht heute nicht oh doch heute hier und jetzt du bist nö 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 er kann sehen aber nur bis 15 denn nach 13 kommt 18 und dann kommt 15 und dann kommt 12 dann kommt 128 nein 12 ja aber nach 12 kommt 128 nein dann kommt 11 nein doch hoch nö ja doch nö doch egal was du sagst doch ich das hier so hin nein ich bin grad in der mine schön wen interessiert das mich das auf die zuschauer nicht was ja finde ich sehr anstößig anstößig er hat anstößig gesagt habt ihr das gehört er hat anstößig gesagt achte mal lieber auf deine zeit wir haben noch ein paar minütchen schade schade weise schon wieder es klappt mir keiner mehr es klappt doch irgendwie nicht ganz so gut wie du das immer vorstellst tisten 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 das lieb passt jetzt ich war nichtrome ich fühl mich aber irgendwie nicht verarscht irgendwas machst du falsch es ist ein video der gar nichts kann entdeckt ich muss ihm immer helfen weil er so gar nicht zugekommt ja so sieht's aus und er zerstört häuser das kann er gut denn da ist er drin darf ich dein nächstes haus auch abreißen was passiert bei dir eigentlich da man es hört sich laut an ich weiß gar nicht wie macht man denn einen rasenmäher nach gar nicht ich bin halt das köpfchen in unserer runde schäumt förmlich alter verstehst du schon an seiner wort war musst du noch mal üben nein muss ich gar nicht das passt einfach nein doch doch paradox jetzt paradox du du und sei irgendwie sehen alles deine häuser gleich aus Geht einer doch auch. Nein. Natürlich. Meins war das Hochhaus da letztes Mal. Was hab ich jetzt? Soll ich hier ein Hochhaus hinbauen? Passt das hier etwa hin? Ja. Kannst ja einen Wolkenkratzer. Kannst ja einen Twin Tower bauen. Natürlich. Ja. Das macht jeder. Wenn man Phipps nicht so lieben würde. Mich liebt man nicht. Man verehrt mich. Ja stimmt. Hast recht. Ich hab nicht gelacht. Doch du hast gelacht. Ich werde es dir niemals verzeihen. Ich hab nicht gelacht. Wie könnte man denn da auch lachen? Es klang so unfassbar künstlich. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich weiß. Wie Silikonbrüste im Sommer. Nee. Ich glaub das ist noch künstlicher. Und schön anzusehen. Ey was? 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 Jetzt wissen wir auch, dass Phipps auf Silikonbrüste steht. Ja. Hier kommt ja Sachen her. Oh Phipps, du hast dich grad so selbst verarscht, ey. Tue ich das nicht immer. Touché. Und man hört ein Rasenmäher bei dir im Hintergrund. Ja. Damit musst du jetzt leben. Es ist dein Pech. Määääää. Määää. Määää. Auch gerade. Määää. 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 Er mäht doch. Also, määää. Du mäßt auch. Und das nicht mehr lange. Das war ein Versprechen. Halt die Klappe. Das war ein Versprechen. Halt die Klappe und baue dein Haus weiter. Ich baue ja nicht mein Haus. Und du dein Haus weiter. Mach ich auch. Knappe. 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 Gab's früher auch schon Bitches? Nääää. Ich glaub die kamen erst so im 20. Jahrhundert. Früher hießen die nur anders. Früher hießen die Sexklaren. Genau so hießen die früher. Ja. Natürlich. Kennst du den nicht? Nee. Ich kenn keinen persönlich. Ach so. Ich hab hier ein paar um die Ecke gewohnt. Du bist einer. Nein. Musst du nicht immer gleich so persönlich werden. Was ist denn daran persönlich? Ist das die Wahrheit? Ich zeig dir gleich was die Wahrheit ist. Ja? Ich zeig dir gleich. Das will ich sehen. Wieso muss ich eigentlich immer lachen wenn du ernsthaft wirst? Du hast es herausgefordert. Du hast es herausgefordert. Was? Na komm her. Komm her. Komm mal etwa her. Haben wir noch Fackeln? Ja. Jetzt verzieht er sich wieder. Jetzt verzieht er sich wieder. Ne ich brauche Fackeln in meinem Haus. Wie ne kleine Pussy. Wenn ich Nanosaber hätte würde ich dir. Pussy 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 Pussy. Reicht das? Ah, ich weiß nicht. Vielleicht ein Warnschuss noch? Nein. Alter, wir haben schon wieder 19 Minuten. Bitch, du bist ein Zeit. Du wolltest den Timer. Habe ich ja. Deswegen sehe ich ja, dass wir 19 Minuten haben. Aber du hast den Timer. Logik. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Jetzt wieder heißt. Let's back it. Mit dem Idioten. Gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. So, ich hab's wieder gesagt. Tschüss.